Hallo, willkommen zu einem neuen kleinen Projekt und zwar folgendes. Ich habe jetzt ein Spiel rausgesucht von zwei Leuten, die wenig Gambit Power haben. Ich weiß nicht, was von MMR das ist, aber wenig Gambit Power. Ihr könnt gerne schon mal beischreiben, was eure Schätzung ist, was die haben werden. Man sieht direkt bei der Eröffnung, dass das weder Adlery ist und dass die Tarantel spielen. Daran erkennt man, glaube ich, schon, dass das Low-Elo ist. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das mal zu machen. Ich habe ein paar Spiele, die ich mir jetzt angeguckt, von Leuten, die teilweise 500 zwischen 500 und 1000 MMR haben. Und der Kontrast im Vergleich zu den Topspielen, die wir sonst immer irgendwo sehen, der zeigt tatsächlich, was denn fehlt. Was aber vielleicht bei Topspielern eben wichtig ist, was dann vielleicht gar nicht so auffällt, dass es sein sollte, aber eben doch da sein sollte. Ich kann euch so ein paar typische Sachen sagen. Also eins haben wir gerade gesehen, das ist jetzt die Eröffnung. Nicht mit Adlery starten oder mit Tarantel starten. Das ist so ein Klassiker, der auf jeden Fall ein No-Go ist, hätte ich schon fast gesagt. Ein anderer ist nicht selten überinvestieren. Also das Spiel, was ich eben gesehen habe, der hatte vier verschiedene Schaft-Clears geholt. Also ich lüge euch da nicht an. Der hat Veterantel angefangen und hat dann A-Gleiter zugekauft, danach den Wraith genommen und dann den Vulken noch dabei gekauft. Also überinvestment in der gleichen Kategorie, also die die gleiche Problemlösung im Prinzip anbieten. Zu wenig Schaft, zu viel Schaft, ist auch alles vertreten. Zu wenig Schaft-Clear, zu viel Schaft-Clear, dann zu wenig und zu viel ist ebenfalls da. Also ein Ungleichgewicht bei den Kapazitäten. Und dann natürlich noch die ganze Reihe von Fähigkeiten, wo sie noch nicht wissen, wie die funktionieren. Sachen, die aber ineffektiv waren. Also das sind so Sachen, die mir wirklich von bisher aufgefallen sind. Und das zeigt immer ganz schön, dass man vielleicht das ein oder andere bei Top-Spielern halt nicht so aufwählt, weil wir es als Geben hinnehmen. So, dann gucken wir mal. Also der oben ist Elite, klar, wir haben ja gesehen, Kostkontrolle im Süden. Generell würde ich sagen, es ist besser, wenn ihr die Einheiten weiter auseinanderstellt, weil die den Schaft dann eher besser clearen. Und obwohl die jetzt sehr nah zusammenstehen da oben. Und der läuft natürlich durch seinen eigenen Schaft durch. Das ist satellitenmäßig, kann einen Satellit den gesamten Rush zum Erlegen bringen. Also Rush lebt davon, kennt ihr ja, das wahrscheinlich nicht mehr hören, aber lebt davon, dass er die ersten Runden gewinnt. So wie die Einheiten da stehen, kann man mit einem Satellit, das stellt man hier unten hin, nicht da oben, kann man halt den Rush zum Erlegen bringen. So, er hat jetzt zum Beispiel sehr frühe eine Fähigkeit eingeloggt. Eine Sache, wo ich immer von abraten würde, immer mit der Ausnahme von Sachen, wo er es sowieso einloggen wollte. Also wenn es jetzt ein Arclight Range gewesen wäre, und hier braucht man zwar nicht immer die Arclight Range, aber sehr häufig, da wäre das mal so eine Ausnahme. Aber jetzt zu sagen, dass man jetzt die Spinnen dabei holt, in Runde 2, ist viel zu früh. Also erstmal wisst ihr nicht, ob ihr sie wirklich braucht. Dann fehlen dafür andere Geschichten, und dann macht ihr euch unflexibel damit. Also was hat er sich mit der Spinne jetzt verdorben zum Beispiel, mit dem Spawn? Also man hätte erwarten können, dass da zum Beispiel Mustangs dabei kommen, die die Spinnen vielleicht wegholen. Man hätte Luft erwarten können, dann hätte er nichts gegen die Luft gehabt. Man hätte erwarten, er hätte vielleicht aus irgendeinem Grund verkaufen müssen die Tarantel wieder, was halt die Topspieler regelmäßig machen. Das hat er sich auch weggenommen, weil er ja ein Upgrade dann vergeben hat, dass Sun-Costs wären. Das heißt also, das hat ihm ein relativ hohes Risiko gegeben. Und wofür? Damit er die Steaboys besiegt, was auch geklappt hat tatsächlich. Aber die Steaboys hätte man auch anders besiegt, zum Beispiel mit einem einzelnen Satelliten, der gut platziert ist. Also von daher war das objektiv betrachtet ein ineffektiver Move. Zu früh Upgrades, ne? Das wäre die Kategorie, die wir nennen wollen immer. Was er jetzt hier macht, ist etwas, was wir auch bei Topspielern manchmal sehen, aber eher seltener. Der holt jetzt, also er stellt die alle aufeinander wieder, also der läuft vielleicht durch den durch. Das Problem bei dieser Aufstellung ist, dass die von dem gleichen Gegnertyp zerstört werden. Und zwar alle beide von dem Skorpion. Der Skorpion one-shot die und der one-shot die. Und wenn die ineinander laufen, one-shot die noch mehr. Also er hat nicht nur die gleichen, sondern auch in der gleichen Position. Und der dritte Punkt, er hat das ineinander laufen, sodass der Skorpion richtig hingestellt ist, mit einem Schuss sogar alles vernichten kann. Und von da sind das drei Fehler auf einmal. Also Einheitenwahl und Positionierung wäre der Fehler da. Manche Dinge kann man darüber streiten, aber manche sind objektiv falsch. Und das war objektiv falsch. Ich glaube, wie das Upgrade objektiv falsch war. Also die Schnellfeuerung Kanonen zum Beispiel von dem Taifun, die kontern jetzt den Spinnen spawnen. Das heißt, der kann jetzt sagen für sich, das funktioniert, das mache ich jetzt immer so. Aber hätte er da unten in Skorpion gespielt, hätte er insgesamt das Spiel verloren für die nächsten fünf Runden. Und bei da war das ein falscher Move. Hätte er das gleiche mit den Mustern gemacht, wäre es preiswerter gewesen, mehr Range gehabt und wäre nicht angreifbar gewesen, so wie das jetzt angreifbar ist. Auch oben übrigens so frühes Upgrade hier, mit Range. Wurken war übrigens der nächste Fehler, muss man sagen. Okay, zu früh Upgrades, ne? Durchweg die Bank. Warum hat er Wurken einen Fehler? Naja, weil das ja halt Schaft-Clear ist hier, ne? Und er will ja eigentlich, wenn er diese Spawn hat, will er ja noch mehr davon bauen, von den Tarantel, damit noch mehr Spawn. Und selbst wenn er das nicht wollte, reicht das ja locker aus, um den Schaft zu clearn da oben, ne? Also da ist das ein Fehler, da einen extra normalen Wurken für zu besorgen. Und der ist halt hier vorne auch Additional Deployment. Dann ist natürlich, wenn man früh Fähigkeiten ausgibt und Giants dann freischaltet und Giants dann kauft, kann man das Deployment natürlich nicht ausspielen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde vermuten, dass der letzte Runde eine Einheit weniger gekauft hat, als möglich war. Und diese Runde hat er jetzt null Geld und noch einen Slot über zum Kaufen. Also diese Runde hat er auch eine Einheit weniger gekauft, hat aber für 100 Punkte Additional Deployment-Slot freigeschaltet. Also er hat jetzt übermäßig Schaft-Clear, das wäre hier unten zum Beispiel einer der Fehler, die man benennen könnte. Über Investment. Der wird irgendwann Schilder ausgeben, an die Flammenwerfer relativ ineffektiv. Danke. Und es lohnt sich auch nicht, die Flammenwerfer zu holen. Also wofür, muss man fragen. Also erst mal gesagt, die hätten es eh schon gemacht und die können keine Stealballs gleich besiegen, weil die mit Level, Reichweite und Item, die besiegen, egal was der ausgibt. Ja, und es lockt er halt auch da drauf ein. Und dann, und gleich schildert es dann noch schlimmer. Also es wird ein sehr klarer Sieg für die Nordseite, wie das aussieht. Das ist ein Rush, der jetzt jede Runde erfolgreich ist und overlevelt. Wettet sowieso keiner, aber mit ein bisschen Glück macht er ja eine Wette. Und vielleicht freuen die sich ja, wenn mal einer zuschaut. Das ist ja, glaube ich, unteren Elos nicht so wie auf den oberen. Ja, also auf jeden Fall über Investments und Falschert schafft Clear. Das ist im Moment die Hauptgeschichte, die nicht klappt. Und unflexible Spiele durch zu frühe Upgrades. Man muss doch immer unterscheiden. Das kann auch eine Gefahr sein, wenn man zu flexibel spielt, also irgendwie alles in der Breite aufbaut und nie in die Tiefe geht. Wenn man dann auch Fähigkeiten gibt und in Masse baut, dann ist man natürlich auch zu ineffektiv wirtschaftlich. Das klappt auch nicht. Also man muss bei allem immer den richtigen Weg einschlagen. Man kann nie sagen, das ist der eine Weg. Man kann aber manchmal sagen, das war der falsche Weg. Ja, der Teil geht schon. Also jetzt zum Beispiel einen Overlord Level 2 zu holen, während da unten gelevelte Marksmen stehen, ist der falsche Weg. Kann trotzdem klappen, weil er ja da genug Kleinvieh davor stehen hat. Aber gegen gelevelte Marksmen holt er eigentlich keinen Overlord für die Front. Das macht man normalerweise nicht. Einfach weil, wenn der halt die Luftabwehr ausgibt, die er nicht hat, aus irgendeinem Grund. Ganz auch egal. Aber normal hat man die Luftabwehr da drin. Sonst platziert man da auch keine Marksmen in aller Regel, weil wenn es nur um Schaden geht, gibt es bessere Einheiten. Zum Beispiel der Skorpion. Ich meine auch der Phoenix. Man hat die Luftabwehr. Und dann schießt man halt über die erste Reihe drüber und trifft den sofort die Lupsteinhalte, die da steht. Das ist ja manchmal das UFO oder der Overlord. Das sind so Standardpositionen für den. Aber klar, wenn ihr das gesehen habt, da unten, dass er keinen Marksman hat, kann er den Overlord da, glaube ich, hinstellen. Hätte ich trotzdem nicht gemacht, ne? Aber kann man dann machen. Früher Upgrades haben wir immer noch. Also die Replika hat er jetzt ausgegeben. Und jetzt haben wir es halt wieder, das Ding, ne? Chuff Clear, Chuff Clear, Chuff Clear. Drei verschiedene Chuff Clear Optionen. Alle drei mit einem Upgrade. Und es gibt hier keinen Chuff, der das rechtfertigt. Also, das gibt es eigentlich nie. Also, wenn da Chuff ist, dann entscheidet euch für eine der drei Chuff Optionen. Anti-Chuff. Ganz selten müsste man eine zweite holen, weil die Nuancen dann haben, die man anpassen muss. Aber das ist auch das Schiff, was ich eben gesprochen habe. Also, das ist einfach Käse gewesen, drei verschiedene Chuff Clear Optionen zu holen. Ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber es ist dieses, ne? Verschiedene Kategorien für das gleiche Problem. Das ist nicht kosteneffizient. Klar, bei so einem Spiel fällt das natürlich extrem auf, diese Fehler. Aber bei den Top-Spielern passieren die auch ab und an. Aber dann eben in einem sehr unsichtbaren Umfang, möchte ich fast sagen. Also, in so einem kleinen Umfang, dass ihr denkt, okay, der hat das vielleicht aus einem anderen Grund geholt. Das war kein Mistklick oder dies und jenes. Und manchmal braucht man das auch, wenn man vielleicht eine Idee hatte noch oder würde den Gegner überraschen. Aber es zeigt sehr deutlich, worauf man achten sollte. Jetzt könnt ihr mal das MMR raten von denen. Dann gehen wir in das nächste Spiel. Geht's noch weiter? Okay, eine Runde müssen wir noch. Ich sag müssen, weil es ja klar, der gewonnen hat. Die Spannung ist dann raus. Genau, also auf dem Level, das die letzten Spiele ich gesehen habe, wenn die Nuke im Angebot waren, haben alle die Nuke gekauft. Rein nach dem Motto, die Nuke ist so stark, die muss man kaufen. Ist tatsächlich gar nicht der Fall. Also ich würde vielleicht in neun von zehn Fällen sie nicht kaufen, ganz ehrlich gesagt. Wenn das jetzt eine Rush-Option ist, wieder oben oder unten, macht das durchaus Sinn, weil die ganze Armee drin steht. Aber das ist nicht immer der Fall. Und die Spiele ich gesehen habe, haben sie das immer gekauft. Hat das Elite vergeben? Ja. Also die stehen halt in der Atombombe, da muss er mit rechnen. Wenn er das macht, muss er ein Schild hin. Sonst hat er von der Vergabe nichts. Die sterben ja dann. Und Elite ist eine teure Fähigkeit. Es gibt halt Upgrades, die kosten relativ wenig. Die kann man vergeben, ohne dass man heulen muss. Aber sonst muss man ein bisschen aufpassen. Der dicke Flammenwerfer, nicht so gut, der Kneid hier vorne. Also er kann sowieso nicht mehr wirken gegen die Steel Boys und alles. Er hat ja hier unten die Dinger mit Elite. Statt halt hier eine teure zweite Fähigkeit auszugeben, die kostet plus 200 für jede weitere. Hätte auch einfach sagen können, er holt jetzt Elite Marks mit dazu und stellt da drei Stück dazu. Er hätte wahrscheinlich mehr rausbekommen. Also dass der Overlord jetzt da von den Dingern abgelenkt wird die ganze Zeit, war natürlich Käse, weil der stand da eben schon, die Tarantel. So, das nennt man dann Nuklearkrieg. Danach lebt keiner mehr. Beide Seiten ausgelöscht. Witzig, oder? Ist wie ein echter Krieg. Ist auch mal als die WM spielen würde. Also ein paar Weine noch über. Genau, also wie gesagt, ratet mal das MMR, was ihr denkt. Nur aus Neugierde. Ich war eben überrascht bei dem Anspiel, was ich gesehen habe, das MMR zu sehen. Ich kann das sehr schwer einschätzen auf diesen, wenn ich so ein Gameplay sehe. Also unter 1000 würde ich sagen, aber mehr könnte ich nicht sagen. Ja, waren sogar beide über 1000. So, das nächste Spiel. Genau, und man sieht es wieder. Kein Adlerich-Start und Tarantel-Start. Also jedes einzelne von den Spielen, die ich bisher gesehen habe, das ist der gleiche von gerade. Aber diesmal die andere Seite da oben. Also jedes einzelne Low-MMR-Spiel, was ich gesehen habe, war entweder ein Tarantel-Start, also ein Tarantel-Start und kein Adlerich-Start von beiden Seiten. Macht daraus, was ihr wollt. Steve-Bolt war dann auch sehr beliebt. Auf den höheren Elos kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen, dass nur Adlerich gespielt wird. Also das sind höhere Elos. Also auf dem Elo, wo ich spiele, das ist ja jetzt nicht Weltmeisterschaft sicherlich, aber so 1700, 1800, da wird niemand mit der Tarantel mehr starten gefühlt. Jedes Spiel, jedes hat mindestens eine Seite Adlerich. Also von daher gibt es da schon Meta-Einheiten oder Startkarten zumindest, die man da eher wählt als bei den unteren Elos. Ist das ein objektiver Fehler? So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich denke schon, dass Adlerich auf dem aktuellen Startkarten-Mix völlig überpowert ist und Tarantel völlig zu schwach ist. Aus meiner Sicht gab es hier schon einen Aufstellungsfehler für die untere Hälfte. Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, ob ihr den auch seht und welcher das ist. Oder wenn ihr ihn überhaupt so findet, ihr könnt ja auch dagegen argumentieren. So, weil die gleich angezeigt wird, sage ich, worum es geht. Wollte fight im Norden, quick im Süden. Klar geht ja nicht anders, wenn der Randel startet, wenn er vier hat. So, und was ist der Fehler gewesen hier? Er hat ja ein Übergewicht auf der linken Seite gemacht zum Rushen. Das heißt also, er will eigentlich mit der linken Armee, will er die Armee auslöschen und oder das Headquarter erreichen, bevor die rechte Teil seiner Armee anfängt zu kämpfen. Und wenn er den da hinstellt, dann kämpft er halt, während die auch noch kämpfen. Die kämpfen mit Überzahl und er kämpft mit Unterzahl. Hätte er den da unten irgendwo hingestellt, hätte er womöglich mit dem Debuff des Gegners gearbeitet. Also dann hätte er die Headquarter zerstört und dann hätte er gekämpft erst gegen die. Plus die Flanke wäre noch geschützt gewesen. Und da war das ein Aufstellungsfehler, ein Objektiver. Was ist das hier? Hintereinander, okay. Hat er jetzt ein Skorpion geholt. Tatsächlich könnt ihr euch nicht auswendig sagen, wie gut Skorpionpreis Leistung ist. Also wir sehen hier zwei Schüsse sofort tot. Das rechne ich hintereinander stehen, sehr angenehm. Aber ich wäre mir nicht so sicher, ob das Preis-Leistung die effektivste Einheit ist. Also nur weil sie die besiegt, heißt das ja nicht, dass es eine gute Lösung war. Sie besiegt ja keine zweite Einheit, die dabei ist und lässt dafür über andere Lücken auf. Also da muss man ja freischalten, die Einheit. Die ist sehr langsam. Die kontert halt nicht alles. Also wenn er jetzt in Schwaben kommt. Also im Englischen sagt man, glaube ich, Swarming. Ihr könnt halt Endure machen. Das heißt also überleben mit mehr Lebenspunkten, Heelen oder irgendwas, wenn ihr ein Problem vor euch habt. Ihr könnt den Swarm machen, dass er einfach so viel Kleinvieh macht, schafft, dass er keinen richtigen Schaden an die wichtigen Einheiten anbringt. Ihr könnt auch umgehen oder verkaufen die Einheiten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Problemen fertig zu werden. Und da oben ist keine Antwort auf den Schwarm gerade. Hat ja keinen Schafklier, keinen großen. Und deswegen könnte das ein hohes Investment für nichts gewesen sein, wenn er jetzt in Schwaben aktiviert wird. Vielleicht sogar schon, wenn jetzt gleich die Spinnen kommen. Die kommen ja in Massen da hochgelaufen. Da einen Crawler hin, Spinnen spawnen und dann bam bam. Genau, der braucht schnellfeuernde Kanonen, hätte ich gesagt. Weil das war eigentlich mit Ansage. Jeder, der viele Taranteln holt, holt in aller Regel auch sehr, sehr früh die Spinnen. Halte ich für einen Fehler, aber es ist eine andere Frage. Das ist eine Kombo, die man erwarten kann. Und mit dem Skorpion hat er langsam vorher eine Kanone geholt. Und deswegen war das wahrscheinlich nicht der beste Move des Tages. Er hat weder Schafklier gehabt für die Crawler, noch eben für die zu erwartenden Spinnen. Und von da war das wieder ein objektiver Fehler, denke ich. Also für 100 Punkte hätte man einen Marksman bekommen, der hätte die auch getötet. Dann hätte man Geld für andere Sachen übergehabt. Ja, ja, die schießen hier das dumm dusselig, die Kameraden. Und nehmen auch Schaden. Aber das muss doch nicht schlimm sein, was jetzt gerade passiert. Es kann ja durchaus sein, dass er jetzt gedacht hat, er will nur die ganze Zeit sparen, holt jetzt gleich den Bulken oder sowas. Wenn er mit dem Flammenwerfer dann die Spinnen wegholen soll. Das wird ja jetzt nicht zu streng sein. Ich hätte auf keinen Fall so gespielt und empfohlen, aber kann ja durchaus sein, dass er den Tempoverlust in Kauf nehmen, weil er den Bulken geplant hat in seinem Bild im Norden. Also man könnte argumentieren, dass der Fehler im Norden Schaft-Clear-Moment ist. Doppel-Tankiness. Fortify-Spezialist scheint auch sehr beliebt zu sein für den unteren Elos, auch schon hoffnend gesehen. Gilt neben Speed als der schwächste Spezialist überhaupt bei den Top-Spielern. Ich glaube, dass es so eine psychologische Dimension gibt in dem Spiel. Einheiten, die man spielen will und Fähigkeiten und Spezialisten und alles, oder die man als stark empfindet, und zwischen dem, was dann wirklich stark ist. Da gibt es, glaube ich, eine sehr starke Diskrepanz. Und hier, Fortify-Spezialist und überhaupt alles, was Defense ist, fühlt sich stark an. Und dann merkt man dann irgendwann nach 1000 Stunden, eigentlich ist Defense immer selbst in dem Spiel. Genau wie jeder Luftabwehrraketen holen will, gegen Raketen, und dann auch die Fresse kriegt nonstop. So, und das jetzt mit dem Saber war natürlich wieder eine Doppelkapazität. Die machen das selbe, was der Saber macht. Beide haben den gleichen Auftrag, und von daher das Käse. Hier zum Beispiel, der Typhoon wäre von dem Norden eine viel bessere Option gewesen, weil der Chuff Clear ist, und die Spinnen weggeräumt hätte. Also der Typhoon in der Nord-Aufstellung war, glaube ich, Unitrop gerade, wäre die viel, viel, viel bessere Option gewesen. Außerdem fehlt da oben Luftabwehr, das hätte der Typhoon ebenfalls übernommen. Also der Typhoon hätte alle Lücken gestoppt, die der im Norden hatte. Der Sabertooth, der hat einfach nur verdoppelt, was er eh schon hatte, und die Lücken nicht gestoppt. Zusätzlich macht der im Süden ein Wirtschaftsspiel, könnte man sagen, mit den Tarantils-Spam. Während der im Norden jetzt seine Anti-Tarantils durch diesen beiden Einheiten aufgeteilt hat, und es ist die Frage, ob er beide einen Upgrade geben will, damit die den gleichen Job machen. Genau, jetzt setzt man auch, dass die Luftabwehr hier fehlt, der schießt hier jetzt da durch, lustig. Das sind keine Theorien, das sieht man schon praktisch. Und er levelt natürlich dadurch auf, nächste Runde ist es noch einfacher, sich da durchzuballern. Vielleicht schafft er Fangning-Kill da unten, aber es ist da schon eine Menge Schaden angerichtet. Und hier verliert er einen Haufen Momentum dadurch. Das war ein Unitrop, wenn ich es richtig gesehen habe, von daher hätte er den Typhoon haben können, Level 3. Ja, wie sieht es jetzt aus mit dem Schaf und Schaf-Clear in Summe? Also im Süden haben wir auf jeden Fall Schaf und Schaf-Clear, würde ich sagen. Ganz ordentlich sogar, beides. Sogar übertrieben viel, ja, wenn ich mal so sagen darf. Also war der Typhoon im Süden notwendig? Na, wenn er den Phönix holt, hat er ja Luftabwehr und die sind ja Schaf-Clear. Und von daher war der Typhoon ein Blödsinn. Zumal der Typhoon eigentlich auch normalerweise von den Skorpion gekontert wird, ohne Probleme. Also in dem Bild da unten passt der Typhoon nicht rein. Das wäre so mein Ding. Auch für den Flankenschutz nicht, ne? Also das ist eine, die kostet 300 für die Flanke. Er hätte auch die für zwei noch die Flanke stellen können, die dann mal eine Spinne nach oben schickt. Also so ein Szenario, da kann man auf jeden Fall für die A-Gleits die Reichweite ausgeben, damit halt die Crawler früher sterben, damit nicht jeder Schuss von den beiden ins Leere geht. Aber das ist wirklich eine ganz komische Kombo. Das Einzige, was ich mir da erklären kann, wo man das gespielt hat, ist, dass er gleich Regeneration ausgeben will. Oder Angst hatte, dass die Raketen angegriffen werden und sich die Raketenoptionen geben möchte, die Anti. Aber hier sieht man es auch wieder, ne? Der stellt jetzt eine Einheit für 300 auf, ohne Upgrades, um solche Probleme zu adressieren. Eine Einheit für 200 hätte das geschafft und dann ein Spinnenproblem für den Gegner noch geschaffen. Also sehr ineffiziente Nutzung seiner vorhandenen Ressourcen. Kann man sagen, aber Chris, was, wenn da eine Wespe spawnt? Ja klar, eine Wespe kann immer kommen, aber ihr könnt nicht alles gleichzeitig abdecken, das bringt das Spiel nicht. Momentum schafft ihr nur, wenn ihr halt jede Runde das macht, was der Gegner nicht kontern kann. Und wenn der Gegner eine Wespe bringt, okay, dann habt ihr da oben halt kosteneffizienten und seid trotzdem eine Zeit durch, weil die ja eine Planke länger brauchen, um zu spawnen zum Beispiel. Oder wenn ihr Angst davor habt, packt ihr den Satellit dahin. Also ihr könnt nicht gegen alles euch verteidigen. Also ihr würdet gleich Regeneration ausgeben, da geht ich auf Briechen Siegel drauf. Macht aber keinen großen Unterschied, weil da sind immer noch keine Luftabwehr, keine Nennenswerten. So ist die Phönix weiter leveln. Jede Runde ein Level, das ist ein bisschen viel für den Phönix. Hatte der für Luftabwehr gespielt? Wirklich gar keine? Ah, Mustang, okay. Eigentlich eine gute Idee, bräuchte aber Reichweite. Man sieht hier oben, dass es ein Schaftproblem gibt. Also er hat drei Fangs, er hat nie einen einzigen Schaft gekauft. Er hat nur drei Fangs seit Spielbeginn. Das ist kein Crawler, nichts. Jetzt kommt der Next teure Einheit, also nur Single-Target-Einheiten. Gegen einen Gegner, der geläppelte Phönix hat. Ist ein objektiver Fehler, keine Frage. Oh, das war ein Unit-Drop. Hat er nicht kaufen können, den Dreier. Er ändert nichts daran, dass es falsch war. Jetzt kommt wieder dieser Chaff-Clear. Warum hat er den Rust reingeschaltet? Also, das ist Chaff-Clear, das ist Chaff-Clear und das ist auch Chaff-Clear. Ja, das ist aber ein anderer Spieler als eben, oder? Jemals ein asiatischer Freund. Aber ich habe heute, ich glaube, drei Spiele, vier Spiele mir angeguckt mit Low-MMR. Und alle haben es gleich gemacht. Alle haben aus irgendeinem Grund drei bis vier verschiedene Schaff-Optionen gekauft. Sei es die Kombination aus Vulken und Arclight oder Reds, Arclight, Vulken, irgendwas. Also der übermäßige Chaff-Clear. Und gegen einen Gegner wohlgemerkt hat er keinen einzigen Crawler gekauft. Der hat seit Spielbeginn keinen Schaff mehr geholt, ne? Das ist, also eins, zwei, drei, wo ist es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Einheiten Schaff-Clear hat er im Süden. Und der im Norden hat drei Schaff-Clear. Drei. Also wie würde man den Fehler nennen? Ignorieren des Boards. Anders kann ich das, glaube ich, nicht nennen. Ich vermute einfach mal hier wieder, also ich will eigentlich vermuten, dass das fehlende Spielerwissen ist, dass er nicht weiß, was der Rest für eine Spezialisierung hat. Dass der halt nicht gegen diese Targets gut ist, ja, Preis-Leistung. Das würde ich jetzt einfach unterstellen wollen. Das Problem ist, dass ich jetzt so eine Reihe von Spielen gesehen habe, wo die das alle geholt haben. Und es einfach nicht funktionieren kann, gegen solche dicken Targets. Dass ich wirklich glaube, dass die diesen übermäßigen Schaff-Clear holen. Das ist so eine Unterstellung, ich weiß es ja nicht eindeutig. Aber das ist mein Eindruck im Moment. Also ihr gebt mir auch keinen Schaden aus, der hat zum Beispiel eine Panzerplatte, ne? Deswegen hat er ja nicht gesagt, dass das eine Killermaschine ist. Dann könnt ihr wieder raten, was ein MR das ist. Er war eben, glaube ich, eben im Tausender-Range, ne? Ich würde vermuten, dass er da unten dann vielleicht bei 800 ist. Ich weiß nicht, wie groß die Sprünge sind bei denen auf dem Level. Ja, was könnt ihr denn machen, wenn ihr in so einer Situation seid, dass eure Mä sich entwickelt hat, durch Unit-Drop oder durch Fehler oder wie auch immer, dass ihr Sachen habt, die vielleicht keinen großen Sinn machen? Verkaufen wäre die Lösung. Er hat jetzt hier zum Beispiel einen Doppelschuss ausgegeben. Der macht 33.000 Schaden. Der hat 35.000 Leben. Also der Doppelschuss, der hat jetzt, glaube ich, 500 Punkte gekostet, weil es zweite Fähigkeit war, ne? Stattdessen hätte der auf sein Headquarter diesen Knopf anklicken können und hätte der mit dem ersten Schuss, den schon getötet und hätte nicht langsamer geschossen. Er hätte für 100 Punkte wahrscheinlich das bekommen, was er jetzt für 500 bekommen hat und hätte die Feuerrate nicht runtergesetzt von seiner Einheit. Aber das sind so Wirtschaftsspielchen, da muss man, glaube ich, das muss man einfach irgendwann lernen. Aber es sind halt 500 Punkte, die der Gegner mehr in Kampfkraft investieren könnte, könnte man sagen. Panzerplatte gegen Raketen ist natürlich ineffektiv. Recorder. Ja, er hat sich halt wieder für eine Defense-Option hier entschieden. Quantum Reassembly. Ist, glaube ich, keine sinnvolle Strategie. Also, sagen wir mal so, alles, was Defense ist, ist meiner Meinung nach Käse im Spiel, ja? Mit ganz wenigen Ausnahmen und auch nur für Sonderfälle. Hast vorbei, okay. Ja, das ist so eine Siegesserie, ne? Der arbeitet sich hoch. Genau. Genau. Also, was war das Problem da im Süden? Frühe Upgrades ausgeben. Unendlich viel Schaft-Clear, obwohl kein Schaft existiert hatte wirklich. Ich meine, der war so nett, dann hat eben nochmal einen Crawler geholt, damit der Schaft-Clear aktiviert wird. Aber es hat dann nicht gereicht. Ineffektive Upgrades. Das gegen Raketen bringt zum Beispiel nichts. Und dann Defense-Upgrades, die sehr teuer sind, was natürlich auch nicht schön ist. Also, was hätte er zum Beispiel machen können? Also, zum Beispiel diese Energieschilde wären ganz gut gewesen, wenn man das so spielen möchte. Kommt man halt nicht so früh in die Raketen ran. Genau. Also, ja, hier auch ein Item für Regeneration. Die hat nur 22.000 Leben. Da hätte man sich auch einem anderen geben können, der mehr Leben hat, ne? Fazit für zum Beispiel mehr. Oder der hat auch hier 70.000 zusammen, ne? Also, man hat ja je mehr Leben, man hat das, so mehr profitiert man von dem Item. Also, hier wäre am besten gewesen. Ja, also, wir sehen auf jeden Fall hier ultra wenig Chaf auf beiden Seiten. Völlig übertrieben ist Chafklee auf der Südseite. Und im Norden sehen wir Doppelkapazitäten. Single-Target-Schaden, Single-Target-Schaden, Single-Target-Schaden. Genau. Das sind so die üblichen Verdächtigen wieder. Genau. Also, wenn man sich das anschaut, sieht man sehr häufig die gleichen Fehler. Ich habe, wie gesagt, mehrere Spiele angeguckt. Das sind eigentlich immer die gleichen Fehler, die man sieht. Und dann kommt natürlich nochmal eine ganze Reihe von, das ist meine, ne? Vielleicht das Wissen über die Einheiten nicht hat, über die Fähigkeiten, ne? Also, er hat wahrscheinlich gedacht, dass Defense eine gute Fähigkeit ist. Er hat gedacht, dass die Panzerleiter gegen Raketen gut ist, ne? Dass der Doppelschuss notwendig wäre, wo dieser Knopf da gereicht hätte. Ähm, solche Geschichten. Verkaufsknopf wird von beiden Seiten nicht benutzt, wie wir gesehen haben. Sehe ich auch sehr selten auf diesem Niveau. Verkaufsknopf, wie gesagt, sehr wichtig. Gerade der Unit-Drop gibt euch halt einfach so viel Müll. Ja, also der ist ja durch den Unit-Drop gekommen, ne? Und der da auch. Die hätte man meiner Meinung nach beide verkaufen können. Tatsächlich, als er nachher angefangen hat, ihn diese Dinger da hochleveln zu lassen, hätte er den behalten können. Aber, ne? Er hatte ja schon angefangen mit dem Mustang. Und ich persönlich fände eigentlich den Mustang-Spanel ganz gut, um die Tarantel-Spinnen abzufangen. Bin ich der größte Freund davon, aber sie funktionieren. Naja, das waren auf jeden Fall Low-MMR-Spiele. Und ja, einfach mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch das gefällt. Könnt ihr mal sagen, ob ich das weiter casten soll, ob es sich überhaupt lohnt zum Angucken für euch. Ich persönlich habe wirklich das Gefühl, dass man da ab und ab und ab reinguckt, dass dieser Kontrast zu den anderen Spielen, es fällt einfach, Sachen fallen auf. Oder sehr viel extremer fallen die einem vielleicht auch auf, als, also mir zumindest, als das bei Topspielern der Fall ist, wo ich manchmal frage, warum macht der diesen Move und diesen Move und diesen, das ist alles Standard. Das habe ich schon tausendmal gesehen. Der Lerneffekt ist größer als mein Eindruck. So komisch das auch klingen mag, ist ja auch genau andersrum, dass Topspiele besser sind. Aber wenn ich dann zum Beispiel an die LCS-Spiele aus der LOL denke, ja, aus LOL, dann, also mein Lerneffekt bei LCS-Spielen geht gegen Null, wenn ich diese Spiele mir angucke. Es ist eine nette Unterhaltung, aber lernen tue ich da nichts. Und so kommt mir das Moment hier auch ein bisschen vor. So, ich wäre weg für heute. Ciao, ciao. Und so. So.